Heute ist der erste Tag eures restlichen Lebens mit mir. Für ihre Fans ist sie ein Superstar. Für ihre Familie ist sie einfach nur Liv. Wo ist denn mein Stuhl? Joey, hol dir was zu sitzen. Willkommen zu Hause, Hollywood. Und zum Glück gibt es noch ihre Zwillingsschwester Maddie. Ich bin so froh, dass du wieder zu Hause bist. Liv und Maddie im Disney Channel. Untertitelung des ZDF, 2020